Dieser Job Express am Linzer Bahnhof gehört zum Feinsten, was das AMS Oberösterreich zu bieten hat. Ich freue mich sehr, heute zu der offiziellen Eröffnung des Job Express auch eingeladen worden zu sein. Express ist es auch, worum es geht. Es geht darum, einfach schnell Menschen in Arbeit zu bringen. Wir bieten hier eine Dienstleistung, die sich wirklich großartig sehen lassen kann. Man sieht unten das rege Interesse. Wir haben hier engagierte, motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir unterstützen bei der Jobsuche. Ich darf euch gleich einmal die erste Station vorstellen. Das ist unser Spaceboard. In der Klappe sieht man den Touchscreen. Da kann ich mir ganz bequem Jobs suchen, Jobs ansehen, Bewerbungen schreiben. Eine weitere Station ist die Alexa. Alexa informiert sich sehr gerne und prompt über Lehrberufe und Jobsuche. Eine weitere Station, die wir euch vorstellen möchten, sind die Holockeys, wo wir euch zeigen, wie man neue Technologie spielerisch einsetzen kann. Konkret zeigt die Brille an, welche Tasten ich am Keyboard drücke. Mich hat auch euch herzlich einladen, einfach nachzukommen, in JobExpress zu besuchen und das smarte Service Center am Linzer Hauptbahnhof kennenzulernen. Musik